Freunde, was geht ab? Und zwar, heute bin ich hier mit dem Mulaga unterwegs. Du kleiner Hurendieb. Wir sind zwar hier gerade in Düsseldorf und ich hab gehört, hier ist irgendwas mit Japan, Mapan oder so ne Scheiße. Ich will zwei Wochen ohne Ton. Stark auch gewalt. Ich kann definitiv was fragen, mein Bruder. Ja klar. Was ist heute hier für ein Tag, Habibi? Japan-Tag, Bruder. Was passiert hier, mein Bruder? Bruder, keine Ahnung, irgendwelche Japs machen hier Feuerwerk oder so, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, Bruder, die sind richtig in dem Film, glaube ich, keine Ahnung. Ey, wie nennt man sich in engen Kreisen? Mo Sex, weil ich Beine spalte. Ey, du bist auch so eine Anime-Ligur, ne? Eventuell nicht. Ah ja, okay. Was geht als Klack? Wie geht's dir, mein Bruder? Ist gut? Ja, ein Bild baut, natürlich, mein Bruder. Willst du nicht, wie heißt das? Der Bruder von Son Goku? Ja, Bruder. Ich kenn den von lange, wenn der klein war. Uiuiui, woher hast du das? Am Rheinlang. Ist das echt oder sind die gemacht? Eine echte Katze, ja. Echt jetzt? Den lassen sich an irgendwen. Wallah, Wallah, an irgendeinen Charakter. Boah, aber die seh ich noch nicht. Nein. Wie geht da, wie geht da? Schrei mal immer. Aaaaaaah! Aaaaaah! Katze, Katze. Wie geht's Jungs, Samarko? Wie geht alles klar? Ja, wirklich. Natürlich, mein Bruder. Wie geht's alles gut? Ja, bei uns. Wir haben so viele Leidungen. Was geht da, was macht ihr hier heute? Ne? Ja, schön, Bruder. Alles klar, alles gut. Hey, das machen wir nicht mal. Inschallah kommst du ins Paradies, das ist besser als das Video. Bruder, woher krieg ich das? Die Richtung mit der Linkse. Woher krieg ich das hier? Friderico! Oh, Habibi! Oh mein Gott, mir ist nichts peinlich gerade, oh Allah. Mir ist gar nichts peinlich, Bruder, was ist peinlich? Hey, man, das ist der Formatik! Der macht einen Memos-Cut da, ja. Wie hält ihr diese Batterie lang? Bruder, die... Du kannst doch ein Porno sehen. Hey, Habibi! Willkommen in Dubai! Danke! Wow! Woa, 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 woa! Also, was ich jetzt beim Nachmitteln? Als will ich jetzt das sehen, kann ich gerne mal hier sehen? Wie geht's? Jetzt du meinem Mann rauskommst! Wie geht's da? Der ist das mal vorbei. Wie kommt alles, was ich eben gegneret? Was ist das für ein Anime? High School of the Dead. Der ist tot, ich kriege das für ein Anime, der sagt High School of the Dead. YouTube, du? Ja, ich hab ein bisschen. Sag mal, hey, wie geht's? Wollah, ey, was geht ab? Mashallah, brorat. Guck mal, YouTube. Na, Rote. Du hast schon mal Rote gefunden. Da, Masha, Ringe. Wenn diese Video kommt, ne? Ey, woller. Aaaaaaah! Küsnafamate! Wo haben unsere marokkanischen Väter damals unsere Mütter klang gemacht? Ey, wie ist die so? Kommt so, Sandi aus. Sag mal, viele Grüße an Big Mo. Viele Grüße an Big Mo. Das fehlt schon! Viele Follower. 11. Echt? Nein. 22.000. Bitte? Ich leide dich wirklich raus. Nein, ich leide dich auf. Bei Instagram? Charlin.pl Ja. Hier. Charlin kriegt ihr Free Hugs. Ey, bitte, darfst du dich aufnehmen für mein YouTube? Aber, woher kriegt man das? Ohne Spaß. Weil ich hatte Bock auf diese Dragon Ball Koffie. Kennst du das? Ich bin aber zu dick. Wir haben die, glaube ich, von Amazon oder so. Willst du mir viele Grüße sagen? Ja, viele Grüße. Viele Grüße mit dem Corona-Bier. Bist geimpft aber, ne? Ne, ich bin geimpft. Kann nichts passieren. Mein Jujo. Ey, Bruder. Woher kriegt man das Bruder? Ey, Bruder. Das ist ein riesen Kiosk. Nein, Bruder. Woher kriegt man das hier? Das, Digga? Und woher kriegt man das hier, Bruder? Ey, Mann, die ist so dicker. Bruder, Mann, die ist so dicker. Ich sag dir, wie es ist. eBay Kleinanzeige. Was ist das? Bruder, auf jeden Fall. Mein Mann, mein Gott. Was ist deine Mission heute? Heute ist meine Mission heute. Leute, einfach, ihr wisst doch Bescheid. Hey, Kollege. Komplenentele, Komplenentele. Sie werden heute nicht. Was willst du heute erreichen? Heute RTL. Komm, 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 komm. Wow. Hallo, ihr seid so graf. Wie geht es heute? Alle sehen uns? Ja. Und du wirst hier heute für meinen YouTube-Kanal. Hi. Einmal, einmal bis. Einmal bis. Mach bis. Was geht heute hier ab? Das braucht nicht viel. Du? Aber was ist deine Mission heute? Was willst du hier erreichen, Leute? Ich will heute erreichen. Dass nächstes Jahr Leute mit deinem Kostüm kommen. Oh mein Gott. Au. Oh mein Gott. Ey, zeig mal. Mach mal nochmal, bitte. Das kann ich mit meinem Penis auch machen. Hallo, Lady. Vorher habt ihr eure Kostüme. Du bist natürlich keine Lady. Hab ich direkt erkannt da unten. Entschuldigung, woher kriegt man so ein Koffee? Hey. Das weiß ich nicht. Wunderschön. Ich hab für dich klar gemacht, Habibi. Ach. Ach. Wie geht's? Ahlaa. Ahlaa. Ahlaa, mein Bruder. Wie geht's? Wie geht's, Bruder? 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 Ja, Bruder, mach einmal seinen Rahmen. Wen wollt ihr grüßen, Jungs? Bruder! Jaaaa! Darf ich einmal kurz Outfit zeigen? Klar, Mann. Zu fresh. Zu fresh. Wirklich. Wie bist du krank? Dein Outfit ist das wert? Wie viel das wert ist? Der Mantel war 250 Euro. Ich finde, das sieht auch zusammen krass aus. Ohne Spaß jetzt. Hey! Hey! Eine Sekunde! Eine Sekunde! Eine Sekunde! Machen wir einmal so. Haaa! Hey! Okay, okay, okay. War nur Spaß. Wallah, ist okay, ist okay. Hey! Reicht! Applaus. Häh fossajig! Ey! 구페, applaus, hey, applaus. War nur eine Applaus. Wila mango check��garhab habeander, war nie beißt. Ahaha! Schöng 참ooo! Nein, nein, nein! Nicht, 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 nein! Nicht, nur nicht. Nicht, ziehen doch doch, tabler, nicht! Bin rum, da gehen Sie hier ans一點. bottles haben wir gleichjan spf اب farmersken. Congressman Tim will EhsENT subsimm CAMP gewillvertenowitz würde, Come Chris and Me converst uns ja? In einem Partner, er will die ich ein paar Wöhn essenchen. Das gilt quasi Um. G我們 genau zu na. Entschuldigung, hab ich euch was fragen? Ja. Wie geht's euch? Wir müssen eins auf dem gezogen der Wiese. Hey, deine Augen sind krass, woher hast du die? Die hab ich gekauft. Wallah, stell dir mal deinen Arsch. Wallah, gut. Jetzt geht mein Traum in Erfüllung. Mein Traum ist jetzt in Erfüllung gegangen. Danke dir. Danke für alles. Danke für alle Folgen. Danke dir. Ja, Maniac. Drei Mumu Breves. Für alle Mädchen geht ein Traum in Erfüllung. Raus. Ausländer, raus. Ausländer, raus. Das ist auf jeden Fall. Mach mal so. Ja, 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 ein bisschen. Aber nicht hauen, ne? Mach Loll. Ah, na, 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 na. Ich wollte mich stöten, ich hab ihn gesehen. Wallah, ey. Ey, Habibi. Welcome to Dubai. Wow, einfach so gut. Wow, krasses Kostüm. Halbzeit. Umarmen. Ich bin nicht umarmen jetzt. Okay. Verkauf mir ein Sticker, ein Euro das Stück. Bruder, ich hab mit dem Sticker nichts zu tun. Sicher? Aber das wird so perfekt auf die Kamera fassen. Ich weiß, aber ich mach das nicht. Hast du schon ein paar verkauft? Eins. Nur eins? Schallah, mach mal so. Mach so oder mach so. Ja, schallah, verkaufst du noch ganz viele. Ja, schallah, gib mir die 100 Euro für einen Sticker. Ja, schallah. Ja, schallah, kriegst du 50 Millionen. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, bitte. Darf ich euch mal einmal hier die freshen Ladies aus Düsseldorf. Hallo, hallo. Krasses Kostüm. Woher habt ihr das denn? Äh, aus dem Internet. Zusammengestellt oder kann man das als eins bestellen? Das kann man als eins bestellen. Wirklich, Support an die Mädels, Weltklasse gemacht. Sehr gelungen, ne? Dankeschön. Zapp, setup und einmal Big Mo in die Kamera. Big Mo. Big Mo. Hey, hey, Habibi. Ey, guck mal, ich hab einfach Mo, wenn ich verlor der Uhr im Sohn. Was für die Menschen. Oh, breh. Nicht traurig sein. Lächeln. Wie verschenkt ein Lächeln? Big Mo Institut. Ey, go, ich mach euch mal eine witzige. Hey, hey. Ja, ja. Wir machen ein Youtube-Video, mein Bruder. Absolut. Willst du ein bisschen Zick-Zack machen? Ein Fall. Bisschen Billie Jean, Billie Jean. Auch nicht? Ja. Ein bisschen die Schulter wackeln lassen. Ja. Ey, ich kenn dich. Du willst doch der von Spring-Ball, ne? Nein, ich kenn dich. Okay, dann komm rein. Wie heißt der Youtube-Panel? ABK. ABK. Da wird geblitzt. Ich gehe viel zu schnell. Mann, ey. Kannst du mir einen großen Kopf geben? Dann eine andere andere Hüpfung. Hey, ich habe noch etwas geblaschen vor, Mann. Ich habe die Animo und die Khaber. Ja, die Khaber, die Khaber. Die Khaber, die Khaber. Die Khaber, die Khaber. Ich habe noch einen Khaber. Sie sind Kai? Danke. Wo sind Sie? Von hier. Von Griezen, in Deutsch. Sie wissen Mero, ich kaufe seine Klicks. Mero, der Rapper. Mero, Sie wissen ich, ich kaufe deinen Klicks. Ja, komm. Schluss, Schluss. Schluss? Nein, das ist YouTube. Nein, das nicht. Hey, Khrilin, Khrilin. Khrilin, du redest nicht. Warum willst du nicht reden? Khrilin, du bist ein Huren. Ich habe immer gemocht. Khrilin, du bist ein abgehoben. Khrilin, du bist krass. Komm, wie ist du? The way you make me feel. The way Tommy. Khrilin, du bist ein Abgehoben. 10,1,2,2,3,2,3,3,4,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Wee, 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 wee! Stark, amaté! Hey, das war Michael Jackson, das war Michael Jaxawi! Gim, man, von mir. Gim, von mir, von mir, von mir. Stark, dicker, fang. Oh, mein Gott. Alles gut? Alles gut. Weltklasse. Crazy Tag. Wo anders? Also du musst ankommen. Hey! Hi! Willst du was sagen? Ja. Ich bin ein bisschen voll. Wir sind in deinem Video jetzt. Ist schon. Wirklich? Können wir drin bleiben? Ja, wollt ihr was sagen? Das ist das beste Mädchen, was ihr kennengelernt habt. Danke. Hey! Jetzt du? Ich? Achso. Das ist mein Bruder. I won! Was? Nein! Nein! Oh mein Gott! Ist dein Bruder? Tschüss. Wie heißt du Mama? B-E-G-M-O. B-E-G-M-O. B-E-G-M-O? Genau. Legst du das hoch? Wir laden dich hoch. Ab Donntag? Genau. Ich hab die Klappe, ne? Was hab ich? Ich hab die Klappe, ne? Ja. Ja, 35. Boah, nachher. Foto machen. Ja klar, kann ich mal. Warte, die kennt mich nicht immer Foto. Was? Das ist ein Freundstück. Das ist kein Freundstück. Das ist kein Freundstück. Echt? Nein, nein. Warte. 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 Das ist ein Freund. Das ist ein Freund, Mann. Einfrau. Komm- B-E-G-M-O. Hahahaha. Richtig lustig, wer. Warte, ich bin Düsseldorf. Wie sie ab? Brülle, danke fürs Zuschauen. Für den japanischen Teil. Uppertal ist ne schöne Stadt, da lässt es sich gut leben. Da fahren wir nach Düsseldorf benehmen. Leben uns daneben. Hurra! Wuppertal! E2! Bis zum nächsten Mal, Freunde.